Hallo und willkommen zu einem kleinen Info-Video für und von der Let's Nerds Community Äh, ja, ich bin Solarenz von YDFFGamern, das da der PJ ist, der liebe Herr TrolliLP Hallo! Ja, und hör auf mich zu schlagen! Ja, also, äh, wir befinden uns hier auf unseren, äh, neuen Server, und zwar ein TechWorld 2 Modpack Server Äh, ja, was kann man da noch zu sagen, dass sich Schleims nerven? Äh... So, ähm, ja, äh, hier läuft das im Endeffekt so ab, wie es später auch auf unserem eigenen Modpack Server ablaufen soll Das heißt, jeder kriegt ein kleines Grundstück zugewiesen, wie man an den hübschen Dreckstäben da sieht, überall, und kann da drinnen bauen, was er will Und, ja, das Modpack könnt ihr jederzeit, ne, auf dem Server, könnt ihr jederzeit gerne mit raufkommen Ähm, müsst ihr euch nur beim Admin oder Moderator melden Ne, weil ich war eigentlich nur, bei mir zurzeit eigentlich nur Ja, bei mir glaube ich nur zu Ja, oder Mike Stimmt, oder Marks Computerecke Dann werdet ihr gewitelistet, kriegt ein Grundstück zugewiesen, und so weiter und so fort Das Grundstück dann einmal kurz mit einem Schild markieren, was wir da hinten irgendwo stehen haben, wenn's da noch steht Ich geh's mal zeigen Ja, da hinten steht das Äh, ja, das war's eigentlich auch Das Tech World 2 Modpack ist sehr auf Technik ausgelegt, wie man an dieser altmodischen Hüstung sieht, die er anhat Äh, und an den Maschinen, die hier überrum stehen Ja, äh, das war's auch schon mit dem ersten Punkt, den wir heute abplanen wollen Ja, dann zum eigentlichen Grund des Infovideos Wir planen am Samstag, das heißt diesen Samstag Den 31.05. um ab 15 Uhr Ein Kennenlern-Tag Das heißt, wir wollen da einfach mal alle einladen, vorbeizukommen Bis Open End geht das natürlich Äh, einfach mal ein bisschen Zeit mit uns zu verbringen Sich ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen quatschen Ein bisschen spielen und sonst irgendwas Äh, wir haben da eigentlich nichts Festes geplant, was wir machen wollen Das einzige, was wir so vorschlagen können, wäre, dass wir auf dem eigenen, äh, Gary's Mod TTT-Server spielen Wir könnten halt hier auf diesem Server spielen, Attack of the B-Team Server läuft da noch Könnten wir noch ein bisschen rumbasteln, ein bisschen spielen Äh, dann könnten wir spontan, wenn Interesse besteht, äh, Rätsel-Maps oder Adventure-Maps fertig machen Müssen wir denn mal spontan gucken Äh, parallel dazu gibt's, wenn wir das bis dahin schaffen, was nicht garantiert ist Da wir auch nur Menschen-Schüler sind Äh, menschliche Schüler Äh, wollen wir eventuell ein kleines Quiz veranstalten Das wird schätzungsweise dann so bei Sagen wir mal 17 Uhr rum starten Also ab 5 Ähm, ja, und ansonsten Wenn wir irgendwelche Minigames oder so spielen wollen Können wir auch liebend gerne auf externe Server wechseln Und da ein bisschen spielen Hauptsache wir machen mal ein bisschen was Schönes zusammen Vielleicht nimmt jemand auf Oder sonst irgendwas Ja, dazu ist also jeder herzlich eingeladen vorbeizukommen Wenn ich dran denke, habe ich das auch irgendwo hier oben so irgendwo hier so hingeschrieben Ähm, ja, ähm, wenn ich das so weit hinkriege Ah, scheiße, ich bin bei der Maschine, die brummt Hilfe! Ja, äh, dann geht's weiter Wir haben ein 11-Wochen-Event-Plan aufgest... Ne, ja, 10... Zehn Wochen? Genau! Zehn Wochen-Event-Plan aufgestellt Äh, also nur zur Info, das kommt auch alles noch ins Forum rein Also, da schreibe ich die ganzen Termine und alles auch noch rein Und dann haben wir halt einen 10-Wochen-Plan aufgestellt, wie auch immer Und zwar, äh, fangen wir einmal an Es beginnt, ähm, 15.06. in drei Wochen Ja, gut drei Wochen Jeweils immer ab 15 Uhr Und zwar mit stille Post Wie das genau funktioniert Jeder kennt stille Post Ist in Minecraft eine Map umgesetzt worden Genaue, äh, genaue Sachen Sagen wir dann kurz vorher Also, kommt gerne vorbei Aufnehmen müsst ihr nicht, wär aber schön Ja, dann geht's weiter Jeweils, äh, alle zwei Wochen Ein 10-Kampf Welche Disziplinen da drin sind Sag ich gleich noch ein bisschen was zu Äh, dann die nächste Woche drauf Ist einmal Hide and Seek in Minecraft Heißt, äh, äh, Dies mit Gegenständen, dass die Leute sich halt verstecken können Als Gegenstand und dann gesucht werden müssen Sollte bekannt sein Ja, dann die Woche drauf Ist wieder 10-Kampf Dann ist ein, die Woche drauf Eine Idee von mir, die ich eigentlich nur aus Spaß gesagt hab Die Max-Computer-Ecke mit dem lieben Dom Masi direkt umgesetzt hat Und zwar Billard in Minecraft spielen Dass die Spieler so gesehen die Kugeln sind Ähm, ja, genaue Infos kommen dazu dann halt noch Hallo Hexer Ähm, dann kommt wieder 10-Kampf Dann spielen wir einmal Cops and Rubbers Das ist eine kleine abgeänderte Idee nach Daniel Master Wie gesagt, Infos kommen dann jeweils eine Woche vorher Äh, dann wieder 10-Kampf Dann einmal Schnitzeljagd Kennt jeder, man bekommt ein Rätsel, wird dadurch zu einem bestimmten Ort gelotst Und ja, der Ort geht dann halt Gibt wieder ein Rätsel auf und dann wird weitergegeben Ja, äh, dann wird weitergerätselt Und zum nächsten Ort Ja, Infos kommen noch Ja, ich bin grad nicht unbedingt auf Höhe Ja, und dann kommt abschließend noch einmal 10-Kampf Äh, das heißt, der ganze Plan geht einmal vom 15.6. bis 31.8. Wobei am 31.8. ähm, ne gar nicht mal am 24.8. die letzte Disziplin vom 10-Kampf ist Hallo Tim Hi Jetzt droht der mir auch noch Ja, ähm Ja, da war jetzt dann halt dann die letzte Disziplin vom 10-Kampf Und eine Woche später, das heißt, am 31.8. ist die Siegerkührung Äh, weil wir machen es halt mit Ranking und allem drum und dran So, und jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen versuchen mit einer Hand zu laufen Warum? Äh, weil ich hochscrollen muss Ob es irgendwo ging gelaufen Warte, ich hau dich richtig an Ja, so Und zwar, äh, der 10-Kampf wird jeweils so ablaufen, dass das Wochenende Also, alle Events sind immer am Wochenende Äh, normalerweise immer Sonntags 10-Kampf ist Samstag und Sonntags Also, zwei Tage pro Wochenende zwei Disziplinen Die Disziplinen sind einmal PvP in Arena, Klassiker Äh, dann gibt es ein paar Rätsel Ähm, wie genau das aussehen wird, werdet ihr dann auch noch eine Woche vorher erfahren Dann, die Woche, äh, die zwei Wochen drauf Einmal eine Jump'n'Run-Map, das heißt, wer am schnellsten am besten da durchkommt Dann, PvE, das heißt, Player vs. Mobs Äh, die Woche drauf, All-Search Wer am meisten Ärzte in einer gewissen Zeit findet Dann, PvP-Doppel-KO Das ist eine Disziplin einfach, dass man halt zwei Chancen hat rauszufliegen im Endeffekt Ne, zu gewinnen, rauszufliegen Das man eine zweite Chance kriegt und nicht gleich rausfliegt, so Ähm, dann auch Labyrinth Dann gibt's noch ein Redstone-Konstruktionswettbewerb Wobei die Kriterien nicht nur Zeit sind, sondern Zeit, Funktion, Aussehen und, äh, Größe Und King of the Ladder und King of the Hill Das sind die beiden letzten Disziplinen Ja Ähm, alles schnell runtergeraddert Wie gesagt, in Forum kommt das alles noch rein, einmal Und... Ähm, ähm, ähm... Äh, Verwirrung? Keine Ahnung, was du weißt? Ja, ich bin grad am überlegen, ob's noch was gibt Ne, mehr gibt's nichts, ja Äh, prinzipiell sind bei jeder Diszi... äh, bei jeder, ähm... Jeden Termin erst nochmal Änderungen vorbehalten Bis auf, wenn wir's halt die Woche vorher ankündigen Das heißt, so wie jetzt, Samstag, den Kennenlern-Tag, der ist definitiv fest Der Rest, Änderungen sind vorbehalten Ja Das war's jetzt mit diesem Ultralangen, kurzen, mega... Unnötig informativen Video Willst du noch irgendwas sagen? Du stinkst Das glaub ich nicht Wer läuft denn hier den ganzen Tag in der Wüste in einem Metallanzug rum? Du stinkst Ja, gut Geil Äh, ja, dann bis zum nächsten Video Ciao, ciao Tschüss Ciao, ciao Ciao